Niiiick! Was geht? Was geht? So. Aber jetzt erst mal, äh, It Takes Two. Ja, es braucht zwei. Es braucht zwei, mein Freund. Ich freue mich, dass wir zusammen spielen, Nick. Ja, ich bin auch richtig, richtig hyped. Das ist ja, das ist, du hattest auch A Way Out gespielt, oder? Mhm, mhm. Das ist genau von den gleichen Machern. Oh, geil. Deswegen wird's wahrscheinlich genauso funktionieren. Oh, was ist das? Hey. How was your day? Great. The Toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go in the dentist? The dentist. Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking here tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. Ah, das sind die Figuren, die wir dann spielen gleich. Tschüss. Okay. Okay. Du möchtest bestimmt die mit dem Zopf nehmen, oder? Und ich, ich bin der Typ mit dem Blatt. Safe. Ja, ja, safe. Kann ich das kleine Mädchen sein? Ja, ja, meine ich ja. Oh, ist das unsere Tochter? Süß. Oh! Oh! Niemals so wichtige Sachen laut sagen. Mein Gott. Oh nein. Oh, wie traurig. Ich sterbe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, honey. Kann ich nur ein paar Sekunden nehmen? Okay. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und manchmal bedeutet das, dass wir Dinge machen müssen, das nicht immer sehr lustig ist. Was wir versuchen zu sagen, darling, ist, dass... Well... Mom und Dad. Wir haben entschieden, unsere separate Wege gehen. Oh nein. Die trennen sich. Okay. Irgendwoher kenne ich die Situation. Äh... Ja, ja. Natürlich. Haben sie deine Eltern auch getrennt? Ist das persönlich zu fragen? Ja, ja, ja. Ne, also ja, haben sie. Aber... Ja. Ja, meine auch. Das... Oh. War ich auch voll glücklich dreimal, dass sie sich getrennt haben. Echt? Also warst du mich so... Ja, I guess nice. Okay. Aber ich kann verstehen, dass das super hart ist. Für Leute mit normalen Eltern. Oh. Ist das ihr Zimmer? Oh Gott, die Arme wohnen in der Scheune. Ich glaub nicht, dass das ihr Zimmer ist. Ich glaub nicht, dass das ihr Zimmer ist. Oh, Book of Love. Oh süß. Schau. Es sagt hier, Liebe ist Arbeit. Siehst du? Du musst daran arbeiten. Du kannst einfach nur aufhören. Mann, die leben doch nicht. Was erzählst du denen das? Mom. Dad. Das sind nicht deine Eltern. Das sind Spielzeuge. Ja. Oh, das ist so traurig. Ich hab grad vor der Coping Mechanism einfach ein bisschen zu reißen. Oh mein Gott. Diese Tränen sind jetzt so magisch. Jetzt tript ihr einfach richtig hart. Ja, ja. Nein. Oh mein Gott. Siehst du dich auch gerade? Äh, ich seh dich. Ach so, okay. Dann haben wir die gleiche Katzin. Wie süß das animiert ist. Das ist ja richtig hübsch. Krass, die sind immer noch so klein. Das bist du, oder? Oh mein Gott. Oh nein. Das ist schon creepy ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schlimm das sein muss. Aber endlich mal ne natürliche Reaktion auf. Ich hab mich hier gerade nur mal so random mäßiges verwandelt. Ja, stimmt. Das heißt, diese Eltern sind jetzt diese Figuren. Ah, krass. Ähm. Das Kind hat wirklich magische Tränen. Was ist das denn? Diese Typ ist einfach Mexikaner plötzlich. Wie hieß so, wenn der auf einmal auftritt? Oh, ist das die gleiche Stimme wie die vom gestiefelten Kater aus Shrek? Oh. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht klingt der Wade gleich, weil die so einen dummen Akzent haben. Schon. Ohohohoho. I promised your daughter to fix your marriage. Hahaha. See, love is like a mountain. Who? What? Mei. Mei. It's Rose. Oh. Okay. She must know what's going on. Oh Gott. Like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Okay. Oh. Okay. Oh. Okay, ich bin rechts bis links. Jo. Oh. Warte mal. Ich muss mir eine Kamera ein bisschen klar machen. Hahaha. Guck mal was ich mach. Hurra. Hahaha. Hier, ich hab das Auto schon mal vorgeholt. Hahaha. Ich will rechts nicht. Hahaha. Let's go. Oh nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Hä? Wie krass. Krass. Das Movement ist voll sick. Alter, hä? Hahaha. Boah, das fühlt sich richtig cool an. Uh. Oh. Okay, okay. Hier ist so ein Stromapparat. Help me out here. Oh, süß. Ich bin dranhängig. Warum kann ich mich nicht das aus? I'm just hanging around, you know? Oh mein Gott. Eh? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Mei. Mei. Uh. They're alive. Haha. What is going on here? I have no clue. But whatever is going on. We can't lower that staircase without those fuses. Mmh. Those fuses? They just. They just ran away. I mean on. Did you see them on their little fused legs? Oh. Let's just bring them back. Okay. Und jetzt wieder reinstecken. Oh, warte mal. Hä? Wo ist denn das dritte? Gut. Wir haben ein Problem. Das ist unter dieser... Unter diesem Glas. Mhm. Wie ist es da hingekommen? Ähm. Warte mal. Wie kriegen wir das jetzt? Okay, ich versuch mal was. Wie ist da oben? Kann man da überhaupt hoch? Können wir das runterschieben? Ja, hab ich eben gedacht. Was? Oh stimmt. Ich kann's auch nicht cremmen. Nee, ich kann's auch nicht cremmen. Okay. Was machen wir jetzt? Ähm. Vielleicht irgendwas zum anheben oder zum wegrollen? Oh, warte mal. Kann er Arschbombe machen? Okay. Wie zerbricht mein Arsch das Glas? Ja! Oh mein Gott! Du hast einfach den Steel Ass! Das Booty Workout hat sich doch verständlich gezeigt. Hast du's? Oh, rennt es weg? Nee, es rennt immer noch weg, ja. Shit. Oh! Okay, hier brauche ich deine Hilfe. Du musst... Okay, warte. I'm coming, I'm coming. So, wie bist du da hingekommen? Ähm. Du musst jetzt quasi rechts, da wo das Glas war. Und da kannst du diesen Wall Jump machen. Äh. Rechts, rechts, noch weiter rechts. Und da rein, jetzt von Wand zu Wand. Ah. Oh süß! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Meine Arme fallen ab. Ich beeile mich. Nice. So, jetzt kriegen wir dich. Kann er... Äh? Achso, warte mal. Oh boy. Oh. Oh mein Gott, ich bin gerade erschrocken, ey. Das ist ja so, was ist das? Okay, um jetzt lang hier rüber. No! Me dead! No! Nein! Wo bin ich jetzt? Ähm. Warte da, wir müssen da irgendwie... Achso, warte mal. Hier sind so Teile zum Schrauben. Oh süß! Mit draufstehen vielleicht? Arschbombe? Ja. Oh süß! Perfekt! Ich glaube, die kommen wieder zusammen. Wenn man ein paar Arschbombe auf Knöpfe gemacht hat, dann... Das verbindet einen. Das fügt dann so ein bisschen die Beziehung wieder. Ja, voll. Ich glaube, das war's, oder? Ähm, ja. Wir müssen jetzt... Warte mal. Wir stehen hier so, als ob da irgendwas passiert. Ich komme mal da jetzt hoch. Ah! 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 Oh. Das ist schon wieder weg, das Scheißteil. Wo ist es? Boah! Alter, was ist das denn für ein krankes Teil? Oh. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir machen mal ein paar Köpper hier ins Nichts. Kein Problem. Oh mein Gott! Ich bin so... So grauenhaft. Du kannst dich nur an der gelben Seite festhalten. Nein. Oh mein Gott! Ich bin so schlecht in jedem... Ah, okay. Jetzt bist du drüben. Das Spiel war so, ja komm, ist okay, ist okay. Okay. Ich bin... Ich bin actually auch ein Arsch. Was? Ja. Hat geklappt. Also Doppelsprung und dann nochmal, äh, Shift. Alter. Ja. Perfekt. Nochmal. Eins, zwei und zack. Uff. Kommt man jetzt schon da hoch? Nee. Ah, jetzt brauchen wir das Teil hier. Ey, das ist schon echt kreativ gemacht, finde ich. Super süß gemacht, ey. Mein Gott! Dieses Teil ist aber auch echt ätzend. Das ist so dieses Tutorial-Ding, Alter. Ja, wirklich, ne? Das ist nur da fürs Tutorial. Okay, äh... Kann man da hoch? Nee. Irgendwas mit dem Stecker hier vielleicht? Oh. Bruh. Oh oh. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir diese... Dieses Holz zägen. Oh ne. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Wir haben's. Yes. Wie kommen wir jetzt zurück? Oh. Das ist bestimmt so ein Shortcut hier. Was ist das? Was ist das denn? Ach, hier sind wir ja eben gewesen. Süß. Okay. Cool. Okay, jetzt geht die Treffer auf. So. Jetzt nochmal. Jetzt müssen wir uns da nochmal ranhängen. Süß. Geil. Oh nein. Was? Das Buch ist böse. Ja, genau. Oh nein. Was? Das Buch ist böse. Das Buch ist böse. Ja, genau. Das ist so creepy, eh. Oh-oh. Oh, oh. Oh. Alter, ist der krank. Was ist das denn? Oh mein Gott. So ein Monsterstaubsauger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt hetzt er den. Stell dir mal vor den Staubsaugers sauer auf dich, weil du Staub einsaugst. Oh, look, there it is. Mein Gott, Alter. Ich will immer nehmen, wenn ich ein Schicksalgewissen habe mit Staubsaugen. Hey, you put me away for life in here. Yep. Alter. Das ist ein bisschen verstörend, finde ich. Übel verstörend, Alter. Das Ding sieht doch noch aus wie so ein riesiger Clown irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo sind wir denn jetzt? Im Keller. Oh mein Gott, das Ding ist ja übel scary. Das ist ja riesig. Ach du Scheiße. Bossfight, Bossfight. Oh nein. You wanna get back to Rose? Auf Wiedersehen.